Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle und wir begrüßen Sie heute zu einem besonderen Video, wie wir finden. Und zwar möchten wir Ihnen den Unterschied zeigen zwischen einer Kilo Goldmünze und einem Kilogramm Goldbarren. Lassen Sie sich überraschen, wir zeigen Ihnen die beiden Stücke jetzt im Detail. So, und hier sehen Sie das wunderschöne Stück des eigentlich Kilogramm Herreus Goldbarrens. Es ist so, dass man sich diesen Barren in ungefähr einer Größenordnung von einem iPhone, sage ich immer so gerne, vom ersten iPhone vorstellen kann. Es ist so, dass Sie die Größe im Vergleich, wir haben hier mal ein 2-Euro-Stück für Sie, sich vielleicht so etwas besser vorstellen können. Gehen wir mal etwas näher an die Kamera, damit Sie sich den Barren auch mal im Detail ansehen können. Der Barren von der Firma Herreus mit der Feinheit 999,9 hat hier im Vordergrund noch den Prägestempel von Herreus Edelmetalle Hanau. Eine sehr traditionsreiche Firma, einer der ältesten deutschen Barrenhersteller und auch einer der namhaftesten Hersteller der Welt. Hier unten sieht man dann die Größe und die Stückelung und zwar 1 Kilogramm und jeder Barren hat auch noch eine eigene Seriennummer und zwar ist es die B01623. Was sieht man auf der Rückseite des Barrens? Man sieht hier das Echtheitszertifikat. Das heißt, die Firma Herreus bestätigt Ihnen durch einen vereidigten Edelmetallprüfer, dass es sich um echte Warenqualität handelt und dass dieser Barren durch und durch Gold ist. Wir beziehen diese Barren ausschließlich direkt über die Distributionsstellen oder die Hersteller, sodass Sie hier sicher sein können, dass keine Quellen dazwischen liegen, die Ihnen vielleicht ein schlechtes Bauchgefühl bereiten sollten. Es ist so, die Firma Argo Herreus in der Schweiz raffiniert dieses Gold und in Hanau, bei Herreus Hanau, wird dieses Gold dann geprägt. Jetzt haben wir hier vergleichsweise die 1 Kilogramm Goldmünze. In dem Fall haben wir jetzt den Luna Hahn gewählt. Sie sehen schon, von der Beschaffenheit ist diese Münze deutlich filigraner, denn die Münze ist geprägt. Die Münze hat auch einen geriffelten Rand. Das ist etwas schwer, das in der Kamera darzustellen, aber ich denke, Sie können das gut sehen. Und auf der Rückseite sieht man hier das Konterfeier der Queen, Elisabeth mit dem Jahrgang 2017 unten drunter, dem Nennwert unten am Rand mit 3.000 Dollar und auch noch der Feinheit der Münze. Ja, wo liegen die Unterschiede oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten? Ich denke, die Gemeinsamkeit ist relativ einfach zu erkennen. Es ist beides 1 Kilogramm Gold und wir haben hier einen Wert von etwa 38.500, 38.600 Euro. Und bei der Münze haben wir einen Wert von etwa 39.050 Euro. Sie sehen, die Münze ist teurer als der Barren. Bedeutet das, dass Sie für die beiden Stücke dann nur aus Begeisterung die Münze kaufen sollten? Wir sehen das nicht so. Die Kilogramm Münze speziell vom Luna Hahn wird relativ selten produziert. Etwa 30 bis 100 Mal pro Jahr nur. Das heißt, mit dieser Münze kann man, weil man dann einer der wenigen Besitzer ist, auch eine schöne Wertsteigerung erzielen. Natürlich ist das nur etwas für größere Investoren. Und die Kilogramm Münze vom Hahn hat eben die Besonderheit, dass sie im nächsten Jahr nicht mehr das Hahnmotiv hat, sondern dass sie immer ihr jährliches Tiermotiv wechselt. Beim Kilogramm Goldbarren ist es so, Sie sehen, um das vielleicht nochmal in den Vordergrund zu stellen, der hat von der Beschaffenheit leichte Spuren auf sich. Das ist nicht so, dass wir diesen Barren schlecht behandeln. Das kommt durch den Guss. Das ist ein sogenannter Gussbarren und kein Prägebarren. Und dadurch ist dieser Barren einfach nicht perfekt. Aber das macht den Barren wiederum perfekt, weil er hier durch einen Charme entwickelt. Es ist so, dass dieser Barren in der Produktion einfach günstiger ist. Wenn er gegossen wird, ist der Aufwand hier nicht so hoch. Sie haben auch keine hochwertige Kapsel für diesen Barren. Bei der Münze fehlt dann wiederum das Echtheitszertifikat. Es ist aber so, dass speziell in diesem Kilo-Bereich bis heute keine Fälschungen aufgetaucht sind. Wir als seriöser Edelmetallhändler und Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels haben alle Werkzeuge, um diese Münze auch auf Echtheit zu prüfen. Wenn Sie Fragen zu einem dieser Produkte haben sollten, dürfen Sie gerne unsere Kundenberater fragen. Wir werden auch noch weiter ins Detail gehen und abstimmen, welche Kilo-Münze oder welcher Goldbarren speziell nochmal Vorzüge von Hersteller zu Hersteller hat. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit dem Video ein paar hilfreiche Tipps geben und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.